hallo willkommen bei edgegood heute werden wir lernen wie man metallische ketten und mittelschilder macht es gibt hier ein messungszeichen sie können sehen wie tief es geätzt wurde also es gibt hier eine aufzugsplatte die aus edelstahl gefertigt ist sie können hier sehen wie scharf die buchstaben sind sie können ein cctw zeichen auch sehen alle buchstaben sind scharf geätzt boden etzen ist die schwierigste aufgabe hier gibt es noch ein schönes stück es gibt eine weitere edelstahlplatte die man nach dem schneiden geätzt werde hier verwenden wir eine anwendung des tour griffes nächste sehen wir edelstahlplatte die farben haben hier gibt es ein farbstempelplatte eine andere anwendung sehen sie hier die man für auszeichnungen und troffenen verwendet also hier können sie ein jpeg foto sehen es hat auch hoch auflösendes bild geätzt wurden so wir haben viele anwendungen für verschiedene industrie ich möchte ihnen verschiedene verwendete maschine vorstelle es heißt schnelles ätzten es ist kleine maschine es hat innere eine sehr hohe druckpumpe es besteht aus der titan auf englisch titanium zuerst bereiten wir blatt und design vor dann sprühen sie das blatt mit einer aqua spritzkabine es hat automatisierung dann backen wir blatt für 15 minuten danach setzen wir unser design auf schnelle belichtung diese maschine hat auch eine autostand funktion sobald die arbeit fertig gemacht hat schaltet sich die maschine rot ein ja sehen sie hier diese funktion ja jetzt nehmen sie das positiv und setzen sie eine entwicklungslösung auf englisch es heißt developing solution sehen sie jetzt reinigen sie das bild nachdem sie ist es in die lösung gegeben haben für diese aufgabe sie können also eine maschine auch benutzen das habe ich selbst gemacht ja sehen sie alle sind schöner sehr schöner wir haben vier verschiedene designs und zwei metal das heißt messing und stahl sie müssen alle platte in schnell ätzter hinstellen schließen sie den deckel und schalten sie sie denn noch sie 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 alle sind scharf geätzt buchstaben sind scharf und tief geätzt es heißt entblösung process auf englisch stripping process die Maschine heißt abhieso leer tank in dieser Schritt entfernen wir die besichtigung von den platen auf englisch the coating in diese Maschine können wir klein und große platen hinstellen sehen Sie hier es gibt beide kleine und große platen diese Maschine hat Temperature Automatischer Thermostrategler auf englisch das heißt Temperature Automated Thermostat und auch es gibt Titan Heizung Titanium Heater auf englisch es gibt eine Anwendung die Temperature kontrolliert wird Messing wird Dusch Oxidation schwarz die Saal müssen Sie polieren alle platen sehen sehr schön sehr schön ja so 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 das ist alles vielen Dank und diese Maschine wird in Indien hergestellt und bei uns petient werden so danke und bitte abonnieren Sie unsere Kanale so 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 so